hallo meine lieben zuschauern herzlich willkommen zu einer weiteren folge trouble in terrorist town auf der map classrooms heute mit dabei ist der klaus der tot von oben der pfeifekiller der schickige der komplex der nächsten und die schnitzelwurst scheint noch hinterher hallo 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 wer wirft dir schon wieder granaten hallo 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 das war nur ein bisschen feuer man uaah Feuer und rauch hallo was ist das für ein klo was ist das für ein klo hier gibt es nicht mal toiletten aber greifekiller geh weg ja bei Frauen ist das ja gar nicht so schlimm ja bei den bücherregalen weißt du du willst uns immer abschieben man müssen sie gar nicht aufs klo greifekiller geh doch nur weg ich will nichts von dir nein du bist heute den ganzen tag schon so abweifend nason setz dich das verlässt meine gefühle setzen nason hinter dir sitz setzen nason nachsitzen genau ey wann kommt mein es hier endlich von der kantine mann nason hier wer hat das hier behöver vor mir ne ich jetzt einfach abdrücken würde oder ich das wäre so ta gehts euch gut eaaa para wisen mich verhasen wer hat comics getötet ee äh tot von oben Toad von oben Toad von oben der tot von oben geschossen welche waffe wurde war das Chutgun die sterbens alle ja tot von oben war traitor ja ich weiß nicht ich war da im raum dann war para noch da ich habe ja ich stand die ganze zeit vorne an die sauer warte rum bestimmt ist sich das auch noch traiter kein traiter 5k lau oder bis gut nee ich hab hier mit einer teekanne gespielt ja und ich war hier vorne an der jetzensausgabe du hast dark stunden eigentlich ist der bei 15 aber er springt irgendwo rum ich hab mich umgedreht und hab mich umgedreht dann war kommentiert also 5k wir sind dann auch proven warum wir dann könnte es nur noch niklas sein wenn ihr bei der proven seid ich bin kein traiter ich kann mich gerne erschießen aber ich bin kein traiter also ich glaube para nein dann ist es 5k aber para hat die leiche von thromix gefunden nein ich hab sie vermogen also dann ist es 5k ich hab sie confirmt alter wer straighter würde sie da nicht confirmt an den para da hat der para einfach mal den ingo gemacht sorry kromix ich musste einfach abdrücken du bist so ein penner ne weißt du du hast doch wirklich nur die zeit abgewartet wegen der ninks ne ich hab sie abgewartet deswegen wer hat denn comics getötet ich das war so klar ihr standen beieinander 5killer war der tor von oben hat mich getötet es war doch klar dass die klasse ist dann bin ich direkt rausgegangen 5k in die ecke ich bin direkt raus hab recht die waffe gewechselt deswegen aber ich ja es war so klar dass er es ist gleich gleich mit lag werde ich die ficken ach dann überlebt doch mann wenn es leicht ist ich habe gerade den rückwärts ich habe gerade probiert ob ich rückwärts leise genug dass die jaja ausrede ne die schnitzel müssen die leise genug gehören ich habe extra die anmoderation abgewacht ist deswegen ich wollte nicht extra in der anmoderation schießen nein ja da ist sowieso safe zone boah ich bin schon wieder innocent immer wenn ich immer in der aufnahme bin ich innocent gib den tipp warte geh da nicht auf diese fläche hinter dir hinter dir gib den tipp ne geh mal weg ich zeig dir das geh mal weg da ist einer gestorben äh wenn du hier drauf gehst da kannst du das aktivieren dann ist das alles voll mit Lava und hinter dir ist einer gestorben ich möchte dann bitte die leichte gestorben ja und alter wer hat ja an dem treppenaufgang ne äh Täter war wahrscheinlich Paralyzer was ist los ne 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 Tod von O oder Paralyzer Tod von O oder Paralyzer Tod von O oder Paralyzer die müsst ihr jetzt betteln einer von Weisen Tod von O oder Paralyzer wieso das war die einzigen die aus der Richtung kam mit Shotgun und äh Falkkühler hat einen Shotgun gestorben der hat fast wieder eine Shotgun ja aber hier kam aus der Richtung ja das ist so zu tun Tod von O oder Paralyzer Entweder eigentlich wie ich Nein ich bin's nicht ok da töte ich beide Nice Alter Schicki ich hab noch nie mal auf niemanden geschossen Naysen und Tod von O Naysen und Tod von O Naysen und Tod von O boah ja 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 blick durch Eier 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 Wachen 5 Minus Ich habe kein Wunder, dass sie gesagt haben, dass sie töten, weil das meine Thema war Habe ich mir schon irgendwie gedacht Wenn ich unter 100 bin, bin ich happy 5-Giller, stehe da vor mir und wenn der Tick an, dann kriege ich das mit einem fettnätschen Ja, da stehen 2-Trader Nein, 3 Leute stehen da bei mir, ich gucke mich um Gut, da wird wohl der Trader nicht zu schlagen Wir waren alle 3-Trader Ja, das fand ich richtig spannend Mach mal 2-Trader Hab ich so schon, entschuldige mal deine Pils Ja, hab ich's gesagt Alles geht, kann man die Banki eigentlich nicht Nathan, hast du was gemerkt? Wir waren wieder zusammen, Trader Schnitzel mal einen Schnitzel mal einen Schnitzel fliegt Dickey, du! Ich war das nicht Ich hab meine Disco noch Dickey ist es Aber doch kein Bullshit Achso, ich bin Deter Bullshit Komix ist Deter Dickey, schieße! Äh Schnitzel, Alter! Wenn ich auf dich schieße, ich mach die Schnitzel, die Schnitzel macht grad die Jenny, weil es ist ein Teejob Ihr brennt Ouch Mach die Jenny? Wer hat einer näher des Disco oder so geworfen Guck, du stehst AFK rum, als bist du im Trader-Shop Schnitzel... Ja, ich hab's gerade auch eben, äh, die Jenny gemacht Ja, aber du bist Deter Aber Schnitzel hat die Jenny, glaub ich, zweimal jetzt schon getanzt Äh, Alter! Ich muss die Disco soll aufhören Da warst du Habt ihr zweimal! Oh, greif mal nicht rum, Mann! Sonst war ich gleich den Ingo Och ne, tschüss! Den Ingo Wir alle in der Nelson helfen einfach mal aufhören Ach, wir wollen ja, ey! Dings von mir wurde irgendwo geschossen Para wurde gerufen Und dann war Ruhe Tod von oben ist bei mir Nein, Komix, hörst du, Para wurde von jemandem gerufen Ich weiß nicht mehr von wem Und dann war Ruhe Wo war Para? Ja, das, 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 deswegen, das suche ich ja auch gerade Jan, das hat eine Granate explodiert So eine Brandgranate Hier ist Parra, hier ist Parra Ja, okay, okay Tod von oben hat ihn Irgendwas? Wo ist der? Proof' die Ich fange mir eh die Leiche в 팔 mit eh die Leiche Drück eh Drück eh י thrk Drück eh Drück eh Drückти из Drückrd Ini idad dudes 此 óm jetzt hab ich das schon weg war ve ja ich hab deine Schüsse auch mit abgekriegt, deswegen... Der Schuss von oben, warum tötest du mich? Was'n Scheiß? Weil, das ist ja... Gute Frage eigentlich... Nein, Paras, du warst schon identifiziert... War der Innu-Sin? Ja, deswegen ruft auch einer Paras... Oh, du war Ende, da kam nichts... Ja, ich war das... Ich schmeiß einfach mal meine Shotbrick... Was, es kommt Parra und dann kam nichts mehr... Aber das hat doch keiner wieder gehört, außer ich, ey... Ne, ich hab's auch gehört, aber ich war's weiter... Sicher, ich hab das auch gehört, Shiki... Warum sagst du da nichts? Hä, hab ich doch, ich hab mal gefragt, wo ist Parra? Achso, wo ist Parra? Wo ist Parra? Das neue Findespiel... Das neue Wimmelbild... Du kannst doch mal mich einschreiben... Such den Parra, Alter... War das... Dann Artu... Noch nicht einmal, Frater... Ich auch noch nicht... Vorhin in der Scheiße, wo es bei mir geleckt hat, wie Arsch... Da war ich Traitor ohne Ende... Ja... Ich auch... Hallo... Schnitzel ist bei mir... Geh weg, Schnitzel... Ja... Schnitzel, Schnitzel, Schnitzel... Los, drück... Drück da drauf... Komm... Komm, Schnitzel... Wir beide bleiben jetzt zusammen... Wenn einer von uns beiden nichts mehr sagt... War's der andere, okay? Seid ihr beide... Ganz genau... Ganz genau... Ähm... Oh, wer hat mir grad eine Genade geworfen? Alter! Die ihn zieht mal... Das ist doch der... Alter... Das ist tot schon... Sag mal... Habt ihr alle Wacke tot von oben... Und wer ist noch bei mir, Nathan? Bin fast tot... Oh, hier schweiß schon wieder einer gerade... Ey, das reicht so langsam mal... Alter... Hier brennt einfach alles... Jason... Geh weg... Oh, lol... Da kommen wir zu weit gegen... Ich komme nicht mehr raus... Wir schmeißen die ganze Zeit die Granaten... Angriff... Para... Schon wieder? Wieder? Oh, danke... Para... Schnitzel... 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 Schnitzel oder Para... Bei sich... Nein... Warte... Wenn Schnitzel noch lebt... Sofort töten... Ohne Frage... Hier ist jemand tot... Tod von oben... Ja, wenn jemand tot ist, bistest du... Ey, Para... Nein... 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 Da kommt von ihm die Leiche... Para... Ja, da ist ne Insti noch... Ja, da ist ne Insti noch... Ja, da ist ne Insti noch... Ich mach die gleich weg... Hier... Oh, fuck up... Okay, schnitzel hinter der Tür... Comics, geh weg... Ist hinter der Tür... Geh weg... Ich hab ihn... Okay, schnitzel... Komm, 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 komm... Komm, 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 komm... Äh... Alter... Leute, mal auf damit... Ja... Schnitzel... Schnitzel war Tee... Fivekiller? Was? Ne... Fivekiller... Nicklas war Inno... Hey... Oh... Oh... Äh... Mit der Waffe? Ne... Hä... Wie ich die ganze Zeit gewartet hab... Alter... Ne... Warum hast du nicht losgeschossen, ey... Du hast schon so zu sagen... Oh, Schnitzel, das war richtig gut, ne... Ja, dann war's Para... Ja, das war... Ich hab's gar nicht kapiert... Ich hab's gar nicht kapiert, dass... Ich hab' erst gedacht, auf dich hat sie immer geschossen... Ich hab' mir auch gedacht, dass Schnitzel noch lebt... Ich hab' mir kapiert, auf irgendein Messer alles gesehen hab' so toll... Aber ich wusste nicht, wo er war... Ja, der Tod von oben... Alter... Ne, in der ersten noch... Ich glaub' er... Ich glaub' daran... Ja, ich auch... Jetzt verhunden wir jetzt... Doch, klar, mal... Schlazen... 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 Hallo... Hahaha... Oh, Komix, jetzt wir beide, oder? Wär mal ne Idee... Wär doch mal was... Wär doch mal was... Alter, Mann... Ne... Ja, Frau... Ne, ich auch... Könnt' ihr endlich mal mit diesen scheißhaften Granaten aufhören... Ja, sei ruhig, Mann... Da, krieg' da auch einer von dir... Alter, überall... Alter, Leute... Alter... Hahaha... Niklas... Niklas, ich bleib' bei dir... Ey... Ey... Leute, komm da... Alter... Alter... Der Tod von oben hat eben... Fileskiller, wieso bist du verwundet? Ich hab' ich auch wegen deiner scheiß, Nate... Das war nicht mal meine... Ja, klar... Ihr habt da auch was... Okay, du, ich geh' dann... Hahaha... Kann's mich mal... Hau ab... Hahaha... Verpiss dich... Hau ab... Mann... Hahaha... Wow... Da wird geschossen... Also wenn ich jetzt nicht mehr Räder... Wenn ich jetzt nicht mehr Räder... Hat Chris mir den Rücken geschossen... Wenn ich jetzt nicht... Hahaha... Ja, das heißt, dass ich nicht als Vader bin... Das mach' ich so... Hahaha... 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 Das mach' ich frei Haus... Hahaha... Sogar ganz ansonst? Ja... Für die schon... Ein Essen... Leute... Nächsten... Wir sind schon wieder... Hahahaha... Nächsten... 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 Du Penner... Du kleiner, räudiger Penner... Will er mich natzen? Komm... Also ich bin Proven... Ich hab'n Tee getötet... Okay... Wer hat die Tee umgebracht? Hä? Komm... X... Boah... Ich komme nicht raus... Da liegt wie so'n Krüppel... Doch... Hallo... Schnitzel... Scheißkiller... Ey... Gibt's hier nicht so'n großen Kochtopf... Wo wir den in den kleinen Chinoeinschuh reinschmeißen können... Ich glaube Schnitzel ist gleich weg... Da fängt an zu lecken... Gibt's Schildkröteneintopf... Oh ja... Ich lecke richtig gut... Ja... Es fängt an... Es fängt an... Alter... Tod... Lass doch mal den armen Schicke in Ruhe... Ey... Tu'n'n hier auf... Lass'n... 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 Gibt's gekochte Schildkröte... Die Paarer noch? Paarer redet aber lebt da noch... Wo ist der? Ja... Na klar... Hier... Ich bin jetzt in der Küche hinten... Bearbeite jetzt Shiggy... Ja... Traitor braten... Ja... So... Mh... Lecker Essen... Mach Mikrowelle... Geht schneller... Ey... Wo ist ja eigentlich die Toilette? Der kann die Mikrowelle... Warum musst du? Kriegt er mal... Ja... Auf den Kopf gehauen... Ja... Ich muss mal... Alter... Ey... Der Schicke ist in den Schrank gefallen... Wie Schicke? Ja... Okay... Schicke ist weg... Schicke... Warte... Ich hole ihn da raus... Was? Am Klos... Oh shit... Oh shit... Das war Schnitzel man... Der hat doch gefragt wo's los... Schnitzel? Ja... Na du kleine Traitor-Sau... Ich wollte Para nicht mal töten... Mano... Ich wollte über ihn schießen damit er auszinkt... Ich wollte ihn nicht töten... Deswegen hab ich über ihn geschossen... Oh man... Damit bist du noch mich geschossen... Ja... Verdient würde ich mal sagen... Ahhhh... Denklar... Habe ich was zu sehen... Was sich zu knapp hat... Ich hab keine Impulsion mehr... Wie sie... Wie sie ja alle wieder ausrasten... Was ist das? Ja... Ja... Aber damit hättest du rechnen müssen... Dass äh... Du dann auch beschossen wirst... Ja warum? Ich hab mich ja nicht mal... Schaden gemacht... Aber selbst wenn Para dann ausgerastet wäre... Wärst du beschossen worden... Ja... Vom Para nur... Und dann hätte ich Para getötet... Oder hätte ich gerade... Der hätte auch mich geschossen... Ihr weg da Schicke... Gut dass wir deine Tricks jetzt können... Ja jetzt... Toll... Jetzt spiele ich eine andere Taktik... Ja jetzt hast du aus dem Nähkästen geplaudert... Ja toll das war jetzt... Ich kann... Komix... Jetzt kommt dir nur einer Leben draus... Jetzt mein Schicke wieder... Jetzt mein Schicke wieder... Geh weg... Jetzt kommt dir nur einer Leben draus... Tiki... Komix... Es kommt dir nur einer Leben draus... Tut mir leid... Die beiden hier... Tiki... Komm lass mich gehen... Wo seid ihr? Ist du echt Edo? Ja... Hat die Runden schon angefangen? No... Tiki... Ah... Da hat sich schon wieder irgendeiner eine Karate geworfen... Also Niklas... Jo... Ich glaube Niklas ist Traitor... Der wird mir rot angezeigt... Hä... Was? Ja ich... Ja ich... Was? Ich weiß wer Traitor ist... Wie nehmen wir den DNA Scanner? Ich brauch nur noch gleich ein Beweis... Das bringt nur was Verleihend... Alter... Ich sag den Namen nicht aber ich weiß wer Traitor ist... Der gerade aber übelst die Jenny gemacht... Haha... Ich bin's... Warte... Ich weiß wer wer ist... Wo ist denn? Warte... Das kaufe ich mir... Das kaufe ich mir... Das... So... Oh... Oh... Guck mal weg da... Geh weg... Oh... Wie ist das ganze Insys... Geh weg... Geh von oben... Geh weg... Was war das Moog... Du kannst mir vertrauen... Ich töte dich nicht... Meines Moog ist weg... Meines Moog ist ein Feuer verbrannt... Alter... Was? Wir fallen alleine... Setz dich hin... Wir unterrichten... Es ist theoretisch zu... Zu ruhig... Das... Noch so viele leben... Also sind alle Schüler da... Zwei Stück... Gut... Also 1 plus 1 ist... Ich schieß doch gar nicht... Ich schieß dann ist es immer schief... Du wolltest mich grad verarschen... Haha... Du hast mir Mikroverlängen geworfen... Da kann man... Das ist jetzt... Ach nee... Hier mal schießt... Natürlich ist es Schicke... Hauptsache ich jetzt mal Schicke sagen... Schicke... Also Schicke... Also Schicke... Kommt mir dann meinsamt... Ne... Da kommt ein Schicke hin... Mit ne Nähkästchen... Achso... Weil ich aus ne Nähkästchen geflauert habe... Ja... Oh... Jetzt hast du es ja schon verraten... Oh... Ist ja langweilig für die... Ja ok... Ihr könnt jetzt... Ihr könnt jetzt hier ab... Nimm den Schnitzel alleine... Ne... Wollten nur gucken was du da machst Niklas... Alter Komlitz ich weiß dass du ein Traitor bist... Ich hab nur noch kein... Vollmerweil... Ich... 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 Nein... Du bist der... Du bist der... Du bist der... Du bist der Schicke... Du bist der Schicke... Du bist der Schicke... Du bist der Schicke... Nein... Setzt euch... Hinsetzen... Hallo Schule bitte... Da auf den Stuhl setzen... Ich habe geschossen auf den Tisch... Schicke... Schicke rastel wieder... Ich wollte schicke Stühle setzen... Lebt am Unterricht teil... Ja Herr Lehrer wir kommen ja her zu... Hier... Alle auf die Stühle setzen damit das klar ist... Alter... Alter... Du bist der Schicke... Nason... Nason... Und ich bin irgendwie rausgeflogen... Kurzzeitig aus dem Spiel... Ne... Nur auf dem Desktop... Alter... 5killer der Schicke... Der steht hier sein... 5killer der Schicke... 5killer der Schicke... 5killer der Schicke... Okay 5killer wir können es zugeben dass wir es sind... Sollen wir alle weg machen... Ja klar... Also fang mit Para an... Fangen mit Para an man... Ja ja... Da komm... Ja komm... Jetzt fangen wir nach... Geh rein... Geh... Da ich hab ihn getötet... Go go go... Ey ich hab auf die Decke geschossen... Ey... Schicke... Ich hab auf die Decke geschossen... Ich hab auf die Decke geschossen... Ja ich hab da... Ich hab absichtlich daneben geschossen... Ja ja ja... Hahaha... Weil ich weggesprungen bin... Mach den ihr alle... Ich weiß dass du Traitor bist... Ich bin aber doch kein Traitor... Alter... Du hast sowas von die Jenny gemacht am Anfang... The Jenny... Ja... Jenny weil die immer afkar rumsteht... Als wäre so ein Traitor-Shop... Deswegen... An Schott zu Forest... The Jenny... Ja... Geh weg... Geh weg... Geh weg... Geh weg... Schicke... Geh weg... Wer kommt da noch? Eskalation... Der Tod von oben schon wieder... Alter jetzt lass mich doch einfach hier raus... 5Kilo und Nathan seid ihr Traitor? Ja... Warum? Haha... Wie weiss das du? Ich hasse dich so langsam... Was ging da oben zu? Schnitzel verzieh dich mal bitte... Danke... Ich muss hier raus... Was willst du denn? Ich möchte hier nur raus... Schicke hat abgespritzt... Was hab ich gesagt? Hahaha... Was Schicke hat gespritzt... Hat er das denn... Akt-Fack-Knarren gemacht oder was? Akt-Fack-Knarren... Da... Ah... Ah... Und dann... Wer kommt hier noch alles? Ey... Ich glaub die Trader müssen langsam mal was machen... 13 Sekunden... Komm zu mir... Ich glaub... Ja... Ja... Alter wie ihr immer alle glaubt... Dass ich das bin... 7... 6... 5... 4... Hier wird schon geschossen... Ok... Over time... Wer war's? Wer war's? Ja... Nein... Ich hab noch ein Lebenspunkt... Genial... Tod von oben ist... Ok... Tod von oben... Halt... Ich geh zur Heal Station... An die Mikro-Welle dahinten... Wo ist denn die Heal Station? Ich bin auch verwund... Ach da hinten... Er ist... Erst tot von oben... Leute... Nicht alle dahin rennen... Nein... Ah... Da ist es... Ich kann sie sehen... Schei... Ich hab's gesagt... Ich hab's gesagt... Was... Ich... Aber... Nein... Schicke... Ich war ehrlich nicht im Traitor-Shop... Ich hab's die ganze Zeit... Ok... Das war jetzt die letzte Runde... Meine lieben Zuschauer... Ach das war's schon wieder... Was... Die Schnitzel ist noch da... Auf jeden Fall... Die Schnitzel... Eine Sensation... Die Schnitzelwurst ist noch da... Wenn euch das Video gefallen hat... Könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen... Oder einen Daumen nach oben... Schaut auf bei den anderen süßen Boys vorbei... Und ich sag... Macht's gut... Bis zum nächsten Mal... Tschau... Tschau...